Transgender Europe leitet das internationale Forschungsprojekt TransRespect vs. Transphobie. Würdest du bitte kurz die Primärziele von Transgender Europe und von dem Forschungsprojekt vorstellen? Also Transgender Europe ist ein europäisches Netzwerk aus 30 Mitgliedsorganisationen in 26 Ländern, hauptsächlich in Europa, aber vier auch außerhalb von Europa. Und wir arbeiten vor allen Dingen für Transrechte in Europa, aber auch zum Teil darüber hinaus. Und Transgender Europe ist halt eine Hybrid-Organisation. Wir sind zum einen ein Netzwerk, dem es darum geht, lokale Transbewegungen zu stärken und die Vernetzung zu verbessern und zu bewirken. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Organisation, die Lobbyarbeit macht bei großen europäischen Institutionen. Und ja, das sind die Hauptziele. Und kannst du noch ganz kurz was zum Forschungsprojekt sagen? Ja, das Forschungsprojekt ist halt eines der zentralen Projekte, die wir für Transleute oder Transbewegungen über Europa hinaus machen. Das heißt TransRespect vs. Transphobie weltweit. Und ist ein Projekt, welches hauptsächlich von Transgender Europe durchgeführt wird. Also vom TransRespect vs. Transphobie Forschungsteam. In Zusammenarbeit, in ganz enger Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen weltweit, in allen sechs Weltregionen. Das sind über 15 Partnerorganisationen und heute sind halt auch ein paar da. Und das Forschungsprojekt ist das erste Forschungsprojekt, was versucht, die Menschenrechtssituation von Transleuten auf einer weltweiten Ebene darzustellen. Und das war in ganz enger Zusammenarbeit mit lokalen Bewegungen, mit lokalen AktivistInnen und mit sehr viel Kooperation. Und kannst du vielleicht noch kurz erzählen, wo ist denn Europa im Moment den dringendsten Handlungsbedarf gibt in diesem Bereich? Also Europa ist ganz unterschiedlich. Generell lässt sich sagen, dass in Osteuropa mit wenigen Ausnahmen extrem viel zu tun ist. Dort ist die Situation, dass es kaum rechtliche Möglichkeiten für Transleute gibt. Dass die medizinische Versorgung für Transleute, also transspezifische medizinische Versorgung nicht vorhanden ist. Und vor allen Dingen, dass durch die Extremsituation viele Transleute auch unsichtbar sind, also nicht sichtbar sich organisieren. Und generell in Europa ist dort in den Ländern, wo es Gesetze gibt, wie es zum Beispiel Gesetze, die die eigene Transidentität rechtlich anerkennen, dass bei diesen Gesetzen eine Bedingung, eine Vorbedingung drin ist, die Sterilisation und geschlechtslandgleichen Operationen beinhaltet, die ganz furchtbar sind und die einfach gegen jede Menschenwürde verstößt. Was Gott sei Dank auch das Bundesverfassungsrecht nach vielen Jahren im Januar dieses Jahres wie in Deutschland erkannt hat. Und das deutsch-transsexuelle Gesetz, was genau so eine Regelung beinhaltete, diese Regelung für nichtig erklärt hat, da sie der deutschen Verfassung widerspricht.